um hallo heute stocken wir mal wieder ein bisschen Max Men äh ja ihr wisst ja wie krass ich und und verraten tun uns Jo ist so er muss reinkommen wo ist er? Da! Der Junge Günther ersetzt mich schon nee wir sind vier Bruder Digga vier okay bin Jude aber ich geh mal kurz Discord mal gucken wie alles reinkommt äh ich wundern wegen Streaming Dings da ja ist halt so weil irgendwie Aufnahme geht nicht also dieses Aufnahmeding ist da Bruder mal gucken ob irgendwer irgendwo drin ist äh Bürger labern für eins jetzt bin ich in labern für eins drin hallo hallo oh helle Fluggie hallo moin moin bin extra bei ihr reingekommen hier wo bin ich ja echt mal dieser klei Darko war leider so schlecht eigentlich bin ich hier rein sonst als für nicht Freunde oh oh dann zwimmst du wieder die Freude ups ups alles jetzt mal hier wieder der süße wie heißt er nochmal Ramm mit dem da wieder da ist ja endlich mal wieder komm mal 1 easy 2 sogar jeder jede Fallge Kuro aber echt mal bunten Punde hallo der Vollverräter wir haben den vier Bruder klein ne da kommt nicht rein das ist die beim intro ist so ne guck mal sonst mache ich äh sonst mache ich einfach einen Punkt statt Dings dahin machen hey meine lieben ich machs wieder euer Anu Klo und heute schauen wir uns Pilo an auf jeden Lammwilm soll mal klein kommen dey ich bin heute so müde eigentlich wollte ich das bei Daylight aufnehmen aber irgendwie keine ahnung was da los ist ich leck da nur rum das ist mega scheiße ich kann nicht juken nix machen ist bisschen schade nein aber da machst du nichts ich dachte mir leider 100 ist gut ja dachte ich auch mhm aber er ist Destin wollte er Damage machen ja 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 mach ich einfach mach ich einfach der kann aber nicht treffen ne jetzt sucht er sich noch ne Ausrede ja wollte er noch Damage machen der kann einfach nicht treffen mhm das ist aber schlecht oh jetzt ich treffe jetzt mit Double Damage Kurve HD noch nicht das mal zwei das ist nicht das Target ähhhhh ich weiß oh OH Black Hole Skyshot easy war geplant easy 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 war geplant ich wollte ich das Double Damage schon treffen aber das geht natürlich auch was geplant ähhhhh ähhhhh schwebler natürlich aber wer ach roh Leon wollte auch noch kommen ne oder wo heißt der wo ist der wo ist der wo ist der ja er ist online jetzt und kaputt war schon wieder nicht online mann also er ist online aber er kommt nicht online ich hab ihn extra ne ähh er kommt nicht in er kommt nicht in ich hab schon live online weil er sagt ja immer dass er immer alles verpasst aber dann muss er auch mal dabei sein so ja wie viel Uhr es ist ja ist doch irgendwas mit 3 Uhr also ich nehm immer so äh streamen nehm immer so folgen circa von 3 bis 4 Uhr auf bei easy peasy oh mega jetzt schießt der Lauch ja klar ich schießt ein haha verdienen verdienen wow ey erstmal hier Medikit auch noch gönnen und dann noch wen treffen easy guck mal wenn das klappt ne oh ein Supply Tor nice oh fuck immer besser als Pun 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 Zago jaaaa stimmt wirklich aber das sind beide mega schlecht diese beide mega schlecht vor allem die Daru aber ich bin einfach Boss in den Mod alter da kann mich keiner toppen ich weiß was ich weiß was ich weiß noch genau was geht ne das Ziel zieht vor mir und natürlich treff ich hallo was denkt ihr denn von mir denkt ihr ich hab drüber geschossen hallo nein ich hab natürlich getroffen hallo nein Apropos Daru, Discord eso so Ramblin trifft nicht Alter was ist denn das ich fiel mal der Damage vor ach so vor der Damage ups sonst hätte ich auch 100 Stärke durchziehen können ja 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 das sagen sie alle oh er drückt sich erstmal 60er-Grid rein ach so sollte dich dich vielleicht mal ein Newton-Fluggy ey was ist ein Loop hey wo ist das ach da ist ich hab nicht mehr das Ziel gefunden und wollte schon wieder auf Double Damage schießen man warte 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 ich treffe das Double Damage und treffe ihn easy come on 1 ja man und jetzt noch Double Damage gut okay war leider nur 30 Damage sehr 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 traulig oh erstmal mal was trinken also ich wurde an Leute warum ich heute so ein bisschen müde bin ich bin halt extrem müde weil ich hab heute wenig geschlafen äh und hab heute in Französisch erstmal schon eine 5 beschrieben aber es war nur Vokabeltest und ich war an der Freizeit krank und da wusste ich nicht dass wir einen schreiben aber dafür hab ich heute GL wieder bekommen oder Icecat mit 2 easy und schon wieder easy gewonnen was immer das Pro gewinnen muss ey komm wir machen jetzt einmal eine Fuller Luby Rebound 1,1 äh 3,5 ich hab Bock aber da mach ich bisschen mehr HP so 200 HP ich muss dann noch wissen dass ich dann noch Intro vorne reinpacken muss weil ich hab ja jetzt ein Intro das muss ich jetzt aber davor reinpacken aber ich darf sie eigentlich nicht vergessen aber ich muss mal hier 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 Profil machen ich muss gleich off jetzt wo die Aufnahme anfängt ohhhh das ist aber zu laulig der arme arme lauch immer immer gehts auf die lauch aber ich bin heute happy dass mal wieder Ramvin da ist Ramvin wir haben dich vermisst wirklich alle haben gefragt wo es Ram wird und ich so keine Ahnung er ist im Krieg gestorben aber er ist von den Toten wieder schon weißt du ich bekommen Blunderbuss haha gut RACE ohh treff ich eins guck mal 1,1 ich treffe ja easy oh ich bin schon im Herrn oh 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 70 damage läuft leger schön nach Rampeln easy ah jetzt fehlt nur noch ein Asslock Wenn ihr das Video seht, ist ein Aslak und Ramvin Bitte seid wieder öfter dabei Wir vermissen euch alle Vor allem ich War immer so lustig mit euch Und dann wart ihr auf einmal weg Mein Herz Es war broken, man Aber ich guck mal ganz kurz, ob ein Aslak online ist Ein Aslak vor 23 Minuten Ein Aslak, wo bist du? Wir alle missen, du, man Gut, wenn ich hier schon wieder gewinne, dann bin ich einfach der Boss Okay, dann müsst ihr alle Respekt vor mir haben Ah, wo ist eigentlich Toaster? Der hat mir das gute Intro erstellt, ne? Deswegen geht größer an den Toaster aus Hab ich auch in mein Video geschrieben Gott Gott, Raze ist da Ja, vielen Dank für das Intro, ne? Eigentlich hatte ich noch ein anderes, aber ich hab das schon gesehen Weil das hab ich halt so von Template Von so YouTuber, die halt mehrere Intros erstellen Und das hatte ja schon jemand So war schon ein paar mehrere Weil das halt schon ziemlich geil ist, aber dann So jetzt hab ich ein Intro, das eigentlich glaub nur ich hab Oder so, ich hab keine Ahnung Also ich hab's bis jetzt noch bei keiner anderen gesehen Ähm Als ob ihr Hacker Lol Ich geh auf meinem Body Also versuch Ich hab's Eine Runde noch Report Nein, ich mich selber treffen Oha Oha Okay, nice Hä, nur so bin ich damit, Leute? Hat doch einmal Äh? Okay, okay Komm, Piñata Piñata Es flog ihn noch da? Oha Er muss gleich auf Da ist ja dein Body Doch Ich hab's Nee, nee Oh Oh, Buket So viele Brüder hast du Komm Ersteigen, die Schöne Komm on Ich kill jetzt Ich kill jetzt vielleicht beide Man muss eine Man Man muss ein Ende sehen Komm Okay Steblozibus K-Champ war zuletzt vor 5 Tage online Echt? Hab ich auch gesehen, aber ich weiß nicht Ich wusste nicht, ob das heißt der Richtige war Nein, rabe ich bin Nein Ich wollte doch bei ihm drinnen bleiben, dass ich noch Schild habe Keine Ahnung, wer soll ich eigentlich am Elfen kommen Hab dich ganz doll lieb Awww Ich Dick Auch He-Shack-Schum-Homo No Anno, mach Items aus Bitte Neee Hab nämlich gleich mehr Ja Ich spiel nicht mit Homos Ey Ich suche ein Homos Egal, wir sind einfach nur Wir sind einfach nur zwei süße Boys Okay, schon warte Das ist aber traurig Achso, wer gewinnt? Oh, der Pro gewinnt Ich meine, ein Noob Ah, 300 Leben? Ich weiß nicht Ja, komm Das war fun Aber Alter, muss ich noch jetzt für den süßen Boy auf Off Ich tue ja alles für meine Zuschauer Mal gucken, wer hat Clan Nein Egal, ah Pitzt So, alle mal Clan von mir Okay, okay Sagt ein 90er Sagt ein 90er Verräter Wir kommen danach Oh, warte, warte Fuck, ich will sie nicht treffen Come on Warum giss ich auf? Dega Die voll Rohschock für immer Das ist doch richtig die Verräter, man Wie könnt ihr uns das nur antun? Oh my god Okay Direkt mache ich hier mit Bunpun Ein Duell Äh, ein Duell Ein Duell Easy Boys Annoo lockt kleine Kinder in seinen Clan Um sie zu misshören Ich Will Whizzle Annoo Lava 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 Tops Hab ich das Hoffnung? Gerade Warum? Oh, ich will das double damage Bitte, gib es mir Okay, ich kann leider nicht diesen Ich muss so geschießen sooo dass ich wen treffe See You Later Bibinator Ich hab ihn mega neu. Ej, ich hab ihn mega neu. Hab ich mich selber getroffen? Hab ich mich selber getroffen? Warte, was ging ich hier ab? Jo, jo. Oh, ich muss auch strengen. So ein Kack. Nee, nee, nee. Komm, ich will's einfach nur haben. Egal, ob ich's einfach oder nicht. Ich will's einfach nur haben. Au, was war das? Oh, aber worauf hab ich hingeschafft? Ja, alles klar. Digga, was ist denn hier los? Voll leise. Ich risk was. Ich mach, äh, Rahmenwind halt. Mal gucken, ob ich, äh, vielleicht später dann mal nur so eins versus eins mache. So zum Beispiel mit Dunpun. Weil, ich mein, das ist das einzigste Gute hier. Guck mal. Dargubet ist ein Mega-Nub. Kobo ist ein Mega-Nub. Günder, der Lauch ist ein Lauch. Da ein Ramven. Ist leider ein Krisch gestorben. Und jede Falke kenn ich nicht. Da bleibt nur noch er übrig. Deswegen, ne? Da bleibt mir nix anderes übrig. Außer... Skeleton King HD würde zurückkehren. Ihr wisst alle, wer Skeleton King HD ist. Ist das? Der süße Aslan. LOL, da will der mich. Aber ich hab auch voll gut getroffen. Guck mal, das war alles. Ich hab das genommen. Anno hat keine Freunde. Der sitzt im Labern für Einzelne drin. Easy. Warte. Wenn ich keine Freunde hab, dann geh ich halt... ... irgendwo anders rein. Dann geh ich halt für... ... cooler Schild rein. Okay. Alter. Ich glaub mich nicht. Bin ich an der Russie und so weiter. Easy, boy. Hab ich getroffen? Nein. Lebe ich noch? Ja. Der einzigste, der gestorben ist das Ramven. Okay. Okay. Noch hier immer nen Fetisch für Bienensiche? Äh... Äh... Nee. Oh, ich bin tot. Nein! Oh mein Gott. Was erscheint. Jetzt hat er nur den Teller gewechselt. Gewechselt, ja. Nein, der war nicht. das TU. Ichゆ klasse. Schlaf. Baa. H-A-He. Schlaa-Baa-A-B. Lass der Kathy-Komme ... ... was ist euer Problem? Was ist? Schlaa-Baa-Baa-Baaa. де Gülter nicht ja sagt, ne? Dann, da- Ring ist er und nicht mehr sein des Spiels. XVIII. hat er gerade nur geschrieben nein er schreibt einfach nix dein scheiß ernst dein scheiß ernst gönna da auch du bist recht gerne auch geworden weißt du du hast dich voll verändert in den paar tagen das geht echt ein bisschen vielleicht ich glaube das ist auch schon das letzte game ja geht doch enttäuscht mich nicht er hat er mich ziemlich enttäuscht ich guck mal gleich ob der der wieder geht dann mache ich noch mit der daylight video ja gut läuft ne bye bye kann vielleicht eine halbe stunde wieder auch okay okay ich schreib mal was soll der titel werden vielleicht haben die einen guten weil ich bin da immer so unkreativ ich meine auszudenken deswegen frage ich mal digga diese ebay werbung hallo ebay werbung beste irgendwas mit fetischen da dachte ich auch irgendwie schon irgendwas mit fetisch das handy das du wolltest hast du ein nokia gagge anu Oho, fragt nach Fetischen. Grund, Grund hast du Gott. Warte, ey. Ah, ich nehme mir irgendwas ein. Ich überlege mir einfach ein. Wenn ich mache, ich so ein Loan, ja, ein bisschen SSL zocken. Oder ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Reborn zocken. Oh, nee, ich weiß, welchen ich nehme. Rahmenwillen ist wieder back. Den nehme ich. Ey, könnt ihr dich treffen? Leute, was ist denn bei euch los? Nicht Gott, go. Go, nice. Oh, ich guck mal ganz kurz in ein Video. Okay, schau auf das Video, lol. Come on, lass mich bitte gewinnen, wie Gott, race. Als ob er noch kein Godraiser ist. Der Godraiser hat doch schon jeder. Er hat's. Er hat sie nicht. Lol. Also, ich hab so eine lange SSL-Pause gemacht und hat sie direkt nach zwei Tagen oder so. Oh, was? Ah, ich dachte, ich hab Thunder-Zeug. Nur wenn du den Diff oder einen Levioner besiegst, der das Archiv-Man hat. Echt das so? Und du hast das Archiv-Man? Punn punn. Natürlich hat er das. Hallo? Freiliebend. Hey, ich hab sogar das Archiv-Man. Äh, ich hab... Okay, go. Where is no Deity? Warum bin ich ein Loser? Deity ist zu für zwei. Ach, nee. Nee, weißt du. Oh, eine gute Race. Ja, es ist gut, race ist kein Deity. Die, ironisch, nur so am Rande. Was? Was ist das? Oh, Mann, Nicolu. Jetzt gleich Werbung. Erstmal eingreifen. Und jetzt. Abonniert. wird die die sich wir haben gesagt ich folge dir Keiner will seine Bilder sehen. Ey, ich habe gleich noch ein Bild, okay. Oder, habe ich eins? Warte, falls ich eins habe, dann lösche ich das so schnell. Ich gehe mal ganz kurz drauf. Okay, Leute, dann haut rein. Bye, bye. Das war's für die fast heutige Folge. Erstmal nochmal Daily-Dingens da machen. Und dann gucke ich mal ganz kurz noch auf Instagram, ob ich irgendwas habe. Und, drei? Gut, drei sind in Ordnung. Ich denke mal nicht, dass ich auf Instagram eins habe, oder? Falls ja, dann lösche ich das direkt. Ich habe, äh... Nö, habe das nur bei in dem Baum. Okay, gut. Easy, lol. Das muss ich auch mal fein löschen. Ah, schnell löschen. Okay, was? Ah, geil. Mach ich besser. Okay, ciao, 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 ciao. Gut, ich hoffe, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und falls ihr mein Channel euch gefällt, dann lasst gerne ein Abo da. Und dann haut rein bis morgen.